Mein Name ist Andreas Sperber. Ich bin Physiotherapeut in eigener Praxis und arbeite seit 15 Jahren mit Trampolin und jetzt natürlich auch mit dem hochelastischen Bellikon. Ich war 15 Jahre auch Therapieleiter einer Reha-Klinik und dort haben wir das Trampolin in unser Therapiekonzept mit integriert. Ich bin auch fachlicher Berater der Firma Bellikon. Wenn Sie Fragen haben, antworte ich Ihnen gern. Das Besondere an dem Bellikon Trampolin ist seine unendlich weiche Schwingung. Allein wenn Sie schon mal drauf treten, werden Sie merken, wie weich und elastisch das Gewebe nachgibt. Und diese punktelastische Federung ermöglicht dem ganzen Gewebe, der Muskulatur darauf zu reagieren. Wenn es um das Thema Rückengesundheit geht, müssen wir wissen, dass die Bandscheiben auf Druck und Zug reagieren, sich dadurch auch ernähren. Und genau das ist die Übertragung dieser Schwingung, ermöglicht der Bandscheibe auch sich immer wieder neu zu ernähren. Und mit Energie zu füllen und mit Nährstoffen zu füllen und elastisch zu bleiben. In der Rückentherapie ist der exakte Haltungsaufbau entscheidend wichtig. Wir machen das mal. Das heißt, dass die Beine hüftbreit auseinander stehen. Die Füße zeigen leicht nach außen. Drehen wir mal zu mir. Die Gewölbe des Fußes wird aufgerichtet, das Quergewölbe des Längsgewölbe. Die Knie werden leicht gebeugt. Der Bauchnabel wird leicht nach innen geschoben. Die Brustwirbelsäule aufgerichtet. Und ganz entscheidend für die Halswirbelsäule. Das Kinn wird nach hinten geschoben, dass hier eine Spannung entsteht. Wunderbar. Jetzt die Arme mal nach außen drehen und mal leicht ins Schwingen kommen. Sehr gut. Und dieser exakte Haltungsaufbau garantiert eine muskuläre Stabilisierung der Gelenke und verhindert Scherkräfte in den Gelenken. Eine Kräftigungsübung für die lumbale Wirbelsäule. Die Beine werden leicht in Schwingung versetzt. Die Arme gehen nach vorne. Der Puck geht nach hinten. Und schwingen. Arme leicht zurücknehmen. Und wieder nach vorne führen. Den Oberkörper schön nach vorne halten. Eine Kräftigungsübung für die Brustwirbelsäule. Wir gehen in Schrittstellung. Vor und zurück. Die Arme werden gespreizt. Gehen nach hinten. Die Übung heißt auch Zielfoto. Immer wenn wir das vordere Bein belasten, gehen die Arme noch einen Tick mehr nach hinten. Zack. Um die Wirbelsäule zu entlasten, bietet sich diese Partnerübung an. Der Partner liegt auf dem Rücken, der Kopf abgestützt, die Füße auf einem Hocker oder auf einem Sessel. Und jetzt wird die Wirbelsäule leicht in Schwingung versetzt. In diesem leichten Schwingen wird die Bandscheibe be- und entlastet. Seitlich entspannt die Muskulatur. Und die Wirbelsäule erholt sich. Um die Brustwirbelsäule beweglich zu halten, kann man die auf dem Trampolin mobilisieren. Vorsichtig in Schwingung bringen mit einem Gegendruck. bis jetzt den Berkaufpass. tousset es sind distint, Bis jetzt jetzt. Bis dahin. TutTI sistema.